Adele war zehn, als sie zum ersten Mal nach Paris fuhr. Es war in den Herbstferien, zu Allerheiligen, und Simone hatte sie in einem kleinen Hotel am Boulevard Ousman einquartiert. In den ersten Tagen hat sie Adele alleine im Zimmer gelassen. Adele musste ihr schwören, dass sie niemanden aufmachen würde, unter keinen Umständen. Hotels sind gefährlich, vor allem für ein kleines Mädchen. Adele hätte ihr am liebsten gesagt, dann lass mich nicht allein. Aber sie hat nichts gesagt. Am dritten Tag hat Adele sich unter die dicke Decke des großen Hotelbettes gelegt und den Fernseher angeschaltet. Durch das kleine Fenster, das auf einen grauen, düsteren Hof hinausging, hat sie die Nacht hereinbrechen sehen. Die Nacht war ins Zimmer gekrochen, und ihre Mutter war noch immer nicht zurück. Adele hatte versucht zu schlafen, gewiegt vom Lachen und den Jingles der Werbespots, die auf dem Bildschirm vorbeizogen. Der Kopf tat ihr weh. Sie hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Sie war hungrig, hatte aber nicht gewagt, etwas aus der Minibar zu nehmen, von der ihre Mutter gesagt hatte, das sei eine Touristenfalle. Sie hat in ihrem Rucksack nach einem Schokoriegel oder einem Rest Schinkensandwich gesucht, doch sie hat nur zwei dreckige Bonbons gefunden, an denen die Reste eines Papiertaschentuchs klebten. Als sie gerade dabei war, einzuschlafen, klopfte es. Beharrlich. Immer lauter. Adele ging zur Tür, die kein Guckloch hatte. Sie konnte nicht sehen, wer dahinter stand, und wagte es nicht aufzumachen. »Wer ist da?«, hat sie mit zitternder Stimme gefragt. Sie bekam keine Antwort. Die Schläge wurden noch heftiger. Sie hörte Schritte im Flur. Ihr war, als nehme sie ein Schnaufen war, langgezogen und heiser, ein Schnaufen, das schließlich die Tür aus den Angeln heben würde. Sie hatte solche Angst, dass sie sich unter dem Bett versteckte. Schweißnass. Überzeugt, dass die Eindringlinge hereinkommen und sie so finden würden. In Tränen aufgelöst, das Gesicht in den beigen Teppich gedrückt. Sie dachte daran, die Polizei zu alarmieren, um Hilfe zu rufen, zu schreien, bis jemand käme, um sie zu retten. Doch sie war außerstande, sich zu rühren, halb ohnmächtig, starr vor Panik. Als Simon gegen 22 Uhr die Tür öffnete, war Adele eingeschlafen. Ihr Fuß ragte unter dem Bett hervor, und Simon packte sie am Knöchel. »Was machst du denn da unten? Was hast du dir schon wieder für Dummheiten einfallen lassen?« »Mama, du bist da!« Adele ist aufgestanden und ihrer Mutter in die Arme gefallen. »Jemand hat versucht, hereinzukommen. Ich habe mich versteckt. Ich hatte solche Angst!« Simon hat sie an den Schultern gefasst, hat sie aufmerksam gemustert und ihr mit kalter Stimme gesagt, »Das hast du gut gemacht. Dich zu verstecken war genau das Richtige.« Am Tag vor ihrer Rückkehr hat Simon Adele, wie versprochen, die Stadt gezeigt. Ein Mann begleitete sie. Ein Mann, an dessen Gesicht, ja selbst an dessen Namen, Adele sich nicht erinnern kann. Ihr ist nur sein Geruch nach Muschus und Tabak im Gedächtnis geblieben, und wie Simon sie nervös und angespannt aufforderte, »Adele, sag Monsieur guten Tag!« Monsieur ist mit ihnen zum Mittagessen in eine Brasserie in der Nähe des Boulevard Saint-Michel gegangen und hat Adele ihren ersten Schluck Bier probieren lassen. Sie haben die Seine überquert und sind bis zu den Grand Boulevard gelaufen. Adele trödelte vor den Schaufenstern voller Spielsachen in den Passage Verdot und Chauffroy und in der Galerie Vivienne, ohne auf Simon zu hören, die ungeduldig wurde. Und dann sind sie nach Montmartre gegangen. »Das wird der Kleinen gefallen«, hat Monsieur immer wieder gesagt. Am Place Pigalle sind sie in die Touristenbahn gestiegen und Adele hat, eingequetscht zwischen ihrer Mutter und dem Mann, voller Entsetzen das Mollorouche-Viertel entdeckt. Sie hat von diesem Besuch in Pigalle eine düstere, unheimliche Erinnerung zurückbehalten, zugleich trüb und schrecklich lebendig. Vom Boulevard-Cliché blieb ihr der Anblick, real oder nicht, dutzender, trotz des Novembernebels nackter Prostituierte im Gedächtnis. Sie erinnert sich an Scharen von Punks, an torkelnde Drogensüchtige, Zuhälter mit pomadisierten Haaren, transsexuelle mit spitzen Brüsten und in hautenge Leopardenröcke gezwängten Gemächt. Im Schutz der riesigen, schaukelnden Spielzeugeisenbahn, eingezwängt zwischen ihrer Mutter und dem Mann, die sich schlüpfrige Blicke zuwarfen, empfand Adele zum ersten Mal diese Mischung aus Angst und Lust, aus Abscheu und sexueller Erregung. Dieses schmutzige Verlangen zu erfahren, was sich hinter den Türen der Stundenhotels abspielte, in den letzten Wünkeln der Innenhöfe, auf den Sitzen des Atlas-Kinos, in den Hinterzimmern des Sexshops, deren rosa und blaue Neonlichter die Dämmerung durchbohrten. Niemals, weder in den Armen der Männer noch bei ihren Spaziergängen auf demselben Boulevard Jahre später, hatte sie je wieder dieses magische Gefühl, das Niedere und das Obszöne, die bourgeoise Perversion und das menschliche Elend mit der Hand greifen zu können.